Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einem neuen Video Tischtennis bei Daniel Porten. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich weiß nicht, wie ihr so den Jahresabschluss macht oder wie eure Vereinsmeisterschaften sind. Wir machen dann immer ein Brettchenturnier und wie das aussieht und wer am Ende gewonnen hat, erfährst du in diesem Video. Das war die Crew, die teilgenommen hat und jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und eine erfolgreiche Saison wünsche ich dir. Ciao.